Lass mal absaufen. Ganz langsam kommen lassen. Ganz langsam Gas geben und weiter kommen. Nicht so ruckartig loslassen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wir üben weiter. Ganz langsam. Das nennt man den Druckpunkt. Wenn der Druckpunkt da ist, dann musst du langsam Gas geben. Und dann die Kupplung auch nicht springen lassen. Einfach weiter, ganz langsam vom Gas gehen. Ganz langsam. Viertelmal. Weiter langsam. Benni, komm, du siehst jetzt hier kein... Okay? Ja, dann wollte ich auch. Ich will mal fahren. Ist das ein schönes Auto, wenn der das absäugt? Ein paar Stunden bestimmt. Nochmal zurück. Das hat er gesagt. Die ist jetzt schon ganz entspannt. Die ist nur einmal abgesoffen? Ja, Papa ist ja auch hier, ne? Ja, da bin ich ja schon vorher. Da hatte ich ja schon ein paar Stunden, glaub ich. Mit nem fremden Auto ist der Druckpunkt immer anders. Ganz langsam Schatz. Ich drück da zwei Meter drauf, dann geht das direkt. Nein, du musst das links ganz langsam kommen lassen. Die Kupplung langsam kommen lassen. Ja, und dann noch nicht aufs Gas drücken. Nein, du merkst den Punkt, noch ist gar nichts passiert. Du merkst den Punkt, wenn das Auto Gas haben will. Dann gibst du ganz langsam Gas und ja, so und jetzt nimm mal Gas weg. So, jetzt sag ich dir gleich. Jetzt fährst du mal da hier rechts, jetzt müssen wir nämlich gleich wenden. Hier da so, dass du drehen kannst. So. Und jetzt drücken wir die Kupplung durch und die Bremse. Das ist das Pferde. Das ist das Pferde. Das ist das Pferde. Oh mein Gott. Wie wird man denn hier wenden? Ich kann nicht wenden. Ich kann nicht wenden machen. Ich kann nicht wenden machen.